Jo YouTube, was geht? Neues wieder am Start und heute mal ein Video für Arian und UppRed. Ich habe eine kleine Montage zusammengeschnitten. Die Aufnahmen sind alle von einem einzigen Tag, also ich habe auch versucht, so viel wie es geht, Clips zu nehmen, wo ich halt gegen mehrere Leute gleichzeitig fighte, weil UppRed gesagt hat, dass dir das besser gefällt. Und von vornherein UppRed und Arian, ich spiele 60 FPS, also auf der PS4. Ich spiele auf einem dicken Plasma-Fernseher, also ohne Monitor. Ich spiele auf Standard-Controller, ich spiele kein Clore, sondern ganz normal. Und ja, also ich finde, ich habe eigentlich einigermaßen Potenzial dafür, dass ich halt auf der PS4 spiele. Natürlich kann ich nicht mit den PC-Spielern mithalten, die 240 Hz haben, Monitore oder keine Ahnung, oder FPS. Ich finde trotzdem, dass ich einigermaßen gut bin. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und jo Leute, lasst ein Like da, abonniert mich und haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.